... irgendwie in mich übergeht, also das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung und ich habe das erlebt, was ich jetzt bei anderen Menschen auch erlebe, wenn man das erste Mal reinkommt und man sieht es auf den Sturm, was dann sind die Emotionen, dass man nach einem Bein war heute, dann sind Leute auch erstmal vielleicht ein bisschen nervös erschrocken, was ich denn jetzt, oh je, ja, da liegen sie jetzt, aber wenn die ins Leben können, ins Tun, ins Gestalten, ins Waschen, ins Anziehen, dann ist das oft eine ganz große Ruhe, die dort stattfindet, also Leute werden ruhig, die sind drauf und sind schrecklich zu tun und das ist eine ganz große Qualität in dieser Zeit, weil das ist nichts anderes wichtig, also ich glaube, so eine Zeit haben wir auch sehr selten in unserem Leben, es ist nur wichtig, dass ich jetzt hier bin und dass ich jetzt mal einen Ungewasche, alles andere ist unwichtig und das ist toll, sowas zu erheben, und da steht aber nicht gleich, kein Problem, wir gehen, aber es ist ja auch immer so, dass wir uns jetzt nicht. Das ist ja auch immer so, dass wir uns jetzt nicht mehr so, dass wir uns jetzt nicht mehr so, und da ist ja auch immer so, dass wir uns jetzt nicht mehr so, dass wir uns jetzt nicht mehr so, dass wir uns jetzt nicht mehr so, coolest haben hier so, dass wir uns jetzt nicht mehr so, dass wir uns jetzt nicht mehr so, dass wir uns jetztiyaaren sind, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich arbeite zum Beispiel sehr gerne mit dem Patientenmodell von Konstruktionen, das ist nicht so zu sagen so passiert, mit verschiedenen Themen, die uns beschäftigen während dem Traumensis. Also zum Beispiel, was man nicht in unserem Leben. Das ist ja auch etwas, was man noch nicht gesehen hat. Also ich kriege das manchmal mit, dass Leute dann sagen, ja, da ist jemand in der Störung, weil der traut gar nicht mehr. Und das ist ja total wertvoll, wenn jemand das schaut, weil der zu machen oder so, weil man auch so aufzustellen, irgendwie die Kinder von der Schule fertig zu machen, sich nicht irgendwie wieder als Wett zu legen, sondern einfach als in der Auswahl zu machen, das sind ja Sachen, die müssen Männer schützen. Und das ist ein Teil von Traum. Und das ist zum Beispiel eine Facette, wo dann zu überlegen, wie verändert sich meine Rolle, wenn ich jetzt nicht, dass ich keine zum Beispiel Ehefrau von dem Moment bin, sondern ich bin jetzt eine Witwe, oder so gehen Leute jetzt mit mir rum. Oder ich bin eine verweistere Mutter und alle anscheinend weg, wenn ich komme, weil ich Angst habe, dass ich etwas von meinem guten Kind erzähle. Also das macht ja auch keine Autos. Oder eben auch die Facette der Verbindung. Weil früher in der Traumsoziologie ging es sehr viel darum, um das Beziehung zu beenden und etwas Neues anzufangen. Also das hat vor vielen Jahren auch vor Ort schon ganz, die Energie abziehen von dem Traum. Und ich weiß nicht, dass ich das nicht mehr so bin. Ich weiß nicht, dass ich das gar nicht. Und ich weiß nicht, dass ich das gar nicht und wir sind jetzt mittlerweile irgendwo an einem ganz anderen Punkt, sondern die Beziehung, die Leute vor Ort. Und ich weiß nicht, aber die andere Tenen ist nicht mehr da, weil ich keine Erinnerung sind noch da. Und das, was uns verbunden hat, ist in einer Ebene, die Menschen in der Beziehung, wo ich mal weiterlebe, also wo finde ich meine Todeson, und das Thema im Herzen gibt es eine Art in der Natur, wo wir uns da sind, überhaupt nicht die Vorstellung davon, wo die Seele ist, glaube ich, im Himmel, glaube ich, eine religiöse Vorstellung, überhaupt nicht, nein, also dieses so gut, wo sind wir uns da, wenn ich das Lieblingslassen esse, wenn ich in bestimmten Orten gehe, wir haben eine selbe Geschichte, die heißt, wie gibt meine Verstorbenen einen Glied zum Leben, und da haben wir so viele Beispiele, Katrin zum Beispiel, mit der ich das Buch geschrieben habe, der ist gestorben in sechs Monaten, und die hat sie in der Zeit ja ganz noch umgetragen, weil ein Notfansbaby immer hier so an der Schulter, und die hatte so eine große körperliche Leere an ihrer Schulter, und dann hat sie sich mit ihrem Mann einen Kissenboden gefassen und ein Foto von Klaren, und dann haben sie dieses Kissen umgetragen, und diese Foto war wichtig, und dieses Kissen ist jetzt noch so viele Jahre schon getan, das war total wichtig, weil die haben jetzt zwei Söhne, und das Kissen steht am Ufer, also das ist immer da, und irgendwann haben sie auch angefangen mit dem Essen zu spielen, also das spielt immer noch eine ganz wichtige Rolle in dieser Familie, und so bleibt Clara eben irgendwie anwesend, auch wenn sie tot ist. Und für dich, die so viele Menschen trifft, und ich glaube, so intensive Begegnungen mit denen hat, was ist dein Eindruck? Wie sind wir mit uns mit Trauer? Weil, wie sind wir auch Urteilen? Und du hast gerade so ein bisschen dazu gehört, diese hessigen Perspektiven von außen, die bist du noch so, Sagen, jetzt ist sie so gemacht. Also das ist natürlich schwer allgemein zu beantworten, Wie lassen wir uns selber trauern und aber auch denen sein? Ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern, weil wir das alle unterschiedlich machen, aber ich nehme schon wahr, dass es da große Behörungsängste gibt, und ich sag mal so oft, dieses Narrativ, ah ja, wenn ich das jetzt nicht anspreche, dann wird die nicht traurig, weil dann vergisst sie das ja auch. Also so, ne? Was ja Blödsinn ist, nur weil ich nicht über den Tod und Bruder rede, heißt das ja nicht, dass die Person nicht weiß, dass ihr Bruder gestorben ist, und oft ist das Gegenteil der Fall. Eigentlich ist das für Menschen, die niemand trauert, total schön, wenn über den Tod oder so auch geredet werden kann. Also, und ich nehme das sehr stark bei Kindern auch wahr, also ich verstehe so viele Babys, da haben wir so einen gesellschaftlichen Aufschrei, also, das ist das aller, 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 aller Schlimmste, und was hier noch passieren kann, und danach kann man nicht mehr froh werden und so, und ich finde das ganz, ganz, ganz schwierig, weil dann abtrauernde Eltern sozusagen auch noch so, das Momentum, dass sie quasi aus der Gesellschaft ausgekippt werden mit ihrem Verlust, weil andere Leute das nicht ertragen können. Und das finde ich problematisch, und ich wünsche mir total, dass wir uns ein bisschen mehr zutmuten auch mit unseren Gefühlen, und das muss jetzt auch nicht immer gleich der Verlust eines Kindes sein, und das kann auch mal ein schlechter Tag sein. Also, wenn jemand kommt und sagt, ah, geht's, und wir oft sagen wollen, dann, also, das ist völlig okay zu sagen, aber ich bin immer wieder irgendwie traurig, aber geht's nicht gut. Ich habe, ähm, eine Frau in einem Trauerkaffee gehabt, äh, und die hat mir erzählt, dass sie, äh, ja, dann, ja, dann, zwei Monate nach meiner Mutter wieder anhanden gegangen ist, und dann gab's Momente, wo sie an ihrem Schreibtisch einfach angefangen hat, und sie hat einfach ein bisschen vor sich hin geweiht, und war halt traurig, und dann hat ihr Chef gesagt, naja, es wäre vielleicht doch gut, wenn sie mal eine Therapie macht, und da denke ich, das ist schon irgendwie ziemlich schwer für mich, so ein Schlechter mit Wohngeld kommen, und deshalb wollen wir immer noch hin. Ja, 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 das klingt gar nicht so sehr, aber Richtung Therapie bei Menschen, in diesen Situationen mit Gewalt aufgehören, und du schreibst, dann gibt's mehr Drücke, ähm, die eben nicht immer von einem Keller betrifft haben. Also, ich muss ja grundsätzlich erst mal sagen, dass nicht alle Leute traurig werden können, weil wir haben ja mehr so die, und das ist halt eine natürliche Verarbeitung, und trotz, solit auch wir haben im Umfeld, das sind die Menschen, die wichtig sind von uns, ähm, und dann gibt's halt, an bestimmten Stellen vielleicht noch, äh, bestimmte Fragen, oder bestimmte Unterstützung, die sich Menschen wünschen, und dann kann sie nochmal in die Hand kommen, und, ja, heute in den Rahmen, in ihren Ausbildung, leider sehr wenig, ich weiß nicht wo, noch mal so ein Träumer gelernt, ähm, weil das ja quasi in, äh, in der Psychologie-Ausbildung, in der Ökonomischen Schulung, geht's ja auch um, äh, um autologische Beklagung der Psychologie, und da gehört der Trauer nicht dazu. Trauer ist ja was Normales, wenn wir nicht trauen könnten, wir mit Verlusten gar nicht umgehen. und ich glaube, ähm, und ich glaube, ähm, weil das ganz viele, ähm, chronische, psychische Störungen, äh, nicht aufgelagerte Trauer, äh, zum Beispiel vor allem, und ich finde auch ganz wichtig, dass wir einfach sein Gehirn kommen. Ähm, ich muss dich nicht wieder vorwärmen, es ist gar nicht die Aufgabe, dass es gar nicht die Aufgabe ist, um Leute zu verpassen, so auf und aufzuhalten, und komm, wir machen mal was Schönes, damit es immer sehr geht, aber es ist gar nicht das Ziel, finde ich, sondern ich finde, es stimmt, ganz viel Kraft, um zu sein, wir kommen noch zu uns, zwei Behörden, sind nicht allein, und aufs Trauer sein, oder so, wenn man endlich so gut passt, und man muss sich nicht verhindern, und man muss sich nicht verhindern, weil das ist gar nicht was, das ist gar nicht was, wie man das halt nicht verhindern, im Moment, auf einen Anstieg, wenn man ganz schnell los wird, dann fühlt man sich nicht wo, da fühlt man sich im Moment in der Stichphase, aber das ist sowieso nicht, das ist ja nicht gut. alles gut, so, jetzt ist das, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020